In der Zeitung der Erdgasleitung, die Sache mit der Erdgasleitung, da führen welche irgendwelche Bauarbeiten durch. Ich glaube in der Nähe von Ohrenburg. Hau, 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 wir fahren mit dem nächsten Zug oder stellen uns an die Straße. Und wir dürfen abfremden Schuss und wir fahren gar nicht die Passe. Hau, hau, wir fahren mit dem nächsten Zug oder stellen uns an die Straße. Und wir dürfen abfremden Schuss und so bauen die Passe. In Leipzig halten wir auch noch schnell, doch ist es Schafgrat und dessen ausfällt. Da haben sich die Leipziger was ausgedacht gegen den Pross in der Nacht. Hau, 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 wir fahren mit dem nächsten Zug oder stellen uns an die Straße. Und wir dürfen abfremden Schuss und so bauen die Passe. Hau, 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 hau. Und wir dürfen abfremden Schuss und so bauen gar nicht die Passe. Und strömt dann der Kaffan durch die Leitung und fliegt im FGB-Passenzeit. Da throttend den Säten abfremden Schuss und so bauen sich auch mein Gasfeuerzeug. Ach, hau, 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 hau. Wir fahren mit dem nächsten Zug oder stellen uns an die Straße. Und wir dürfen abfremden Schuss und so bauen die Passe. Das ist die Straße, hauch uns, wir fahren mit dem nächsten Zug oder stellen uns an die Straße. Und wir fangen ab, bremme Schum, unsere Maritalie, die Waffe, hauch uns. Und wir fahren mit dem nächsten Zug oder stellen uns an die Straße. Und wir fangen ab, bremme Schum, unsere Maritalie, die Waffe, hauch uns. Vielen Dank.